Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Rengeratens. Vielleicht, aber nur vielleicht, schaffen wir heute ja mal mehr als zwei Sterne. Sehr schön. Ich sag's vorher, ich glaube, es ist TMG. Das ist Global, okay, cool. Ich hab nichts gesagt, das ist Global, das hat man doch definitiv gesehen. Oh man, ey. Ist das auch irgendwie so eine externe Seite? Alistar.gg? Äh, Alistar. Alter, fehlt so sehr ein LOL drin. Allstar.gg? Ähm. Egal. Übrigens sehr schön, Butterfly Knife. Jetzt auch gern. Ich hatte damals eins. Hab ich's verkauft. Und dann ging das ungefähr los, wo die Preise so anstiegen. Das hat mir ein bisschen in der Seele wehgetan. Ich finde, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Im TMG. Sogar LEM. Okay. Aber Leute, guck mal, wir haben schon den Rekord von, äh, die letzten paar Tagen überholt. Drei Sterne. Ich mag die drei Leute hier. Äh, ne. Die beiden. Banana. Okay, warte mal. Ich hab mir gar nicht den Clip jetzt angeguckt. Können wir da oben durchbängen? Können wir jetzt tatsächlich neu. Okay, eins gegen vier. Die Gegner wissen, wo... Äh, Dings ist, wo die Awe ist. Ach. Muss man einfach mal sagen, das war von beiden Bad gespielt. Ich glaub, da wird auch viel zu hoch gezielt. Wenn die Person am Sneaken ist. Hier ist ja schon Sneaken da zweimal um die Ecke gekommen. Däsche. 20 Sekunden. Okay. Okay. Ich bin ein bisschen mad aufs Team. Äh, wow. Hm. Was kann das nur sein? Ich glaub, ich hätt diesmal MG2 oder MG gesagt. Obwohl, ich glaub, eher MG2. Ja, da steht sogar extra in den Regeln drin. Nichts, wo man den Rang sehen kann. Hier, Clip cannot reveal the rank. Cool. Ja. Warte mal, warte mal. Eins, bitte mal gucken. Hattest du schon mal hier jemals fünf Sterne? Das ist das erste Mal, dass ich fünf Sterne hab. Und dafür muss ich hier schummeln. Cool. Egal, danke an der Stelle. Sonst hätte ich die fünf Sterne dann noch nicht gehabt. Egal, wir machen einfach weiter mit LOL. Oh, wow. Oder einen echt guten Farm. Warte mal. Äh. Kurz im Scoreboard gucken. Uswain ADC. Äh. Lauf wohl nicht ganz so bei denen. Bei der Vladi Mähter echt einen überragenden Farm. Muss man ja einfach mal sagen. Hätte ich ja schon Lust, auch mal Vladi Mähter zu spielen. Aber das wird nicht gut enden. Sehr schön. Ja, Arthrox hat auch ein bisschen reingetrollt mit seinem Ding. Mit seinem, äh, Tower Shot da. Das war gerade ein schöner Versuch von Arthrox. Leider hatte der Vladi schon seine Q wieder ab. Komm, ich geb dem Diamond. Martin. Martin, sad. Minute drei. Okay. Oh, Maukei Support. Cool. Ähm. Seht ja alles erstmal recht normal aus. Geht er absolut schief. Er hat schon seinen Flash raus. Sehr gut, das Randpullen gedodged. Oh, nee, ey, das war kein schöner Dive-Versuch. Ich sag, das ist Gold. Das ist Diamond, okay. Er töst uns noch auf Platin erhöht. Oh, Mann, ey. Ne? Du? Minute zwanzig. Äh. Der arme Viego. Hat er verdient, wenn er im Gegner-Team ist. Ist aber nicht. Sad. Das war ja mal superknapp, dass der TP durchgegangen ist. Hörn doch. Ist weg. Khalat hat aber auch richtig Bock hinterher zu chasen, ne? Und da kam der Shield. Der Heal von Godwinker. Mal ganz kurz die Spielen. Fiora Midland, okay. Weiß ich nicht. Gold oder Platin, was meint er? Kommt. Dafür, weil die Raven nicht greedy wurde. Ist sogar Diamond cool. Aber die war halt nicht greedy. Ist da wirklich weggelaufen. Ja, sehr schön. Dann haben wir's für heute auch schon wieder. Na gut, dann würd ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. In dem Sinne, haut rein. Und bis dann. Tschüüü.